Im Podcast Die Deutschen haben Luke Mokritsch und die Gastgeber Nisa Akrimi und Cheyenne Garcia für einen Eklag gesorgt, indem sie sich über die Paralympics lustig machten. Punkt Seine verächtlichen Aussagen über Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung kosteten Mokritsch kurz darauf seine neue Sat. Eins Show, zudem wurden mehrere Tourauftritte abgesagt. In Wien stand er diese Woche allerdings wieder auf der Bühne. Oliver Pocher kennt seinen Comedy-Kollegin recht gut, die beiden sind seit längerem befreundet. Im Podcast Die Pochers. Frisch recycelt mit seiner Ex Cindy Meyer-Wölden bewertet er die Ereignisse der letzten Tage. Oliver Pocher kritisiert Luke Mokritsch, ich fand das geschmacklos, stellt zunächst Cindy Meyer-Wölden klar. Die Entschuldigung von Luke Mokritsch sei für sie zudem nicht reflektiert gewesen. Cancel Policy sei allerdings genauso falsch. Oliver Pocher kommt dagegen zu dem Ergebnis, dass in Sachen Timing wahnsinnig viel falsch gelaufen sei. Für ihn hat die Entschuldigung von Luke Mokritsch sogar alles noch schlimmer gemacht. Er wäre jedenfalls anderes Verfahren. Ich hatte Luke noch gesagt, ich würde mich nicht entschuldigen. Weil eine Entschuldigung heute sowieso nichts mehr zählt. Wenn du dich entschuldigst, geht es erst recht hinten drauf. Oliver Pocher selbst war erst dieses Jahr auf Liebes-Casper-Tour, und bald wird er wieder auf der Bühne stehen, zusammen mit Serdar Somuncu. Die gemeinsame Tour wird als Jahresrückblick des Jahres angepriesen.Luke Mokritsch und Oliver Pocher, keine gemeinsame Show, eben dazu enthüllt der Comedian im Podcast weitere Details. Demnach wollte er eigentlich zusammen mit Luke Mokritsch auf die Bühne, doch von dem kassierte er kürzlich eine Absage. Fun Fact an der Geschichte ist auch noch, dass Luke und ich eigentlich vorhatten, einen gemeinsamen Jahresrückblick zu spielen. Punkt Irgendwann im Sommer hat er mir abgesagt, aus Imagegründen. Er meinte aber mein Image, nicht seines, meint Oliver Pocher. Dies habe im Nachgang eine gewisse Ironie. Die Tour mit Serdar Somuncu werde genauso polarisieren, ist der Komiker überzeugt, denn, Serdar Somuncu ist bekanntlich auch jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und eine explizite Meinung hat.